ich sehe halt auch echt nichts ich sollte mir vielleicht mal mein Feuerzeug anmachen, damit ich was sehe ich laufe hier so blind Möppi, vor allem, du rennst du rennst Richtung Schneegebiet, das weißt du schon voll drauf zu ne, das weiß ich nicht hier ist aber jetzt auch eine Klippe das ist ein bisschen blöd gelaufen doch, du kannst hier doch einfach runterrennen ja, hier jetzt rennt ich runter jetzt rennt ihr hoch ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Parsi will ein Schneegebiet gute Nacht dann wünsche ich dir eine erholsame Nacht einen erfolgreichen Arbeitstag morgen und man sieht sich hoffentlich tschüssi hier würde ich jetzt nicht weitergehen Tatsache wir können Möppis Entscheidung sollten wir das nicht einfach respektieren, Parsi ich wollte nur gucken ich hab den Knurren gehört ja, ich auch und zwar nicht Möppis Magen der Knurrt andauert, weil ich hab Hunger ja ja sorry, hör auf mir den Schlag zu rennen das macht Parsi bei mir auch und dann krieg ich immer den Schlag von dem blöden Zombie ab, ich geh jetzt weg und lass euch kämpfen wenn ihr mich sonst den weißt du nicht die Kannibalen töten mich sondern Parsi oder so ey, ich hab dich noch fast gar nicht Parsi liegt oh Parsi, du liegst ein bisschen auf den Hintern gucken erst da kommt einer jetzt lieg ich das war das Karma für den auf den Hintern gucken ist so dann will man einmal ein bisschen Aussicht genießen ne shit okay, der ist down ich hab alle down, ich komm zu euch und schon wieder aber Muffin guckt ja nichts lieber als den Boden an also ist das genau für Muffin also war natürlich eben Absicht dass Muffin den Boden ein bisschen sieht ne danke Bas mit dem erhobenen Speer sieht das nicht nach allen aus na stimmt schon irgendwie aber ich weiß echt nicht was das ist dass ihr beide immer liegt und ich darf euch dann weißt du was das machen wir extra wir wollen dich in die Rolle der Krankenschwester reinpropfen oh, hier ist noch ein Dorf von denen das hab ich auch mal gedacht sehr schön ähm ich geh mich erstmal waschen ja natürlich looten ich hab genug ich hab genug äh Refe ich kann kann nicht dupen Refe lappe hab ich jetzt 10 von 10 Refe müsste ich hab ich auch glaub ich 2 oder so aber bei mir bringt das dupen irgendwie nichts hab ich bekommen davon das immer nicht Alkohol und Kleidung Stoff und Uhr Stoff Alkohol Stoff so langsam findet man halt auch keine tollen Sachen mehr ne da ist das hier irgendwo noch so ein Sprengding ist oh Wildschwein du bleibst hier ich hab noch ein paar Samen gefunden hier kann auch jemand Benzinkanister nehmen Entschuldigung alles gut gut dass du rechtzeitig reagiert hast ich hab erst zu spät verstanden dass du das teilen willst alles noch mehr Stoff hier noch Haspray ich bin grad vor einem Reh gelaufen ich bin vor einem Leder ähm also ich hab zumindest einmal Aloe Vera Samen gesammelt das ist schön dann können wir auf jeden Fall unsere Kranken unser Krankenbiet ein bisschen weiter ausbauen aber hier war nichts zum Sprengen im Dorf oder ähm ich hab auch nochmal Aloe Vera gesammelt nicht die Samen aber die Pflanze ja ist ja auch gut dann kannst du ja mit Aloe Vera und äh noch irgendwas war's warte Aloe Vera und warte das ist die der Sonnengut oder was das war ja ja hier ist noch Stoff den ich sammeln kann Aloe Vera und Sonnenhut stimmt das war's ne ne ist der Sonnenhut Aloe Vera und Shigure Shigure oder kann auch sein das war's ah das finden wir schon noch raus wenn wir wieder da sind ähm ja was ist das Batterien hier sind noch Batterien falls ich mal Batterien noch sammeln kann ich hab ich hab glaube schon genug wo seid ihr noch im Dorf ja schon halt außerhalb vom Dorf ein bisschen rum ich hab halt geguckt ob man jetzt hier irgendwie warum ist mein Feuerzeug noch an es ist inzwischen hell ja hab ich keine Ahnung es ist inzwischen hell ja mit dem mit dem Feuerzeug kann man wirklich mit dem Sperr in der Hand kann man wirklich schlecht Leute heilen nur noch mehr penitrieren gefühlt aber egal gut gut okay hier geht's ins Schneegebiet das machen wir dann mal anders dankenswerterweise okay wir sind gerade also das gesamte fast gefühlt die gesamte Nordgrenze der Gegend hier abgelaufen ist doch gut ja ist sinnvoll ich würde sagen ist auf jeden Fall sehr sinnvoll gewesen dieser Ausflug ähm gehen wir einen Moment ich musste eben was essen hier haben wir noch ein paar Aloe Vera ich würde gern äh ja wir können wieder so in die Richtung wieder aufbrechen also ja ich würde halt noch gerne eine Höhle finden ist die Sache ich auch also eine Höhle kann man immer schon gut als Abfluss seines Teams so theoretisch tun ja aber wir haben halt irgendwie außer der einen da kein wo man sich reinquetschen musste noch keine gefunden ich würde aber gerne dann ich hab äh ich würde dann aber gerne vorher bitte speichern irgendwie dass wir irgendwie so ein Lagerfeuer oder so bauen wir können ja so eine Jagdhütte äh so eine Jagd warte wir können ja gerade schnell hier machen so ein Unterschlupf äh nein können wir ja machen wenn wir eine Höhle finden sollten sonst brauchen wir das ja nicht sonst ist es ja wieder blödsinn weil sonst sterben oder wollen wir trotzdem einfach mal speichern weil wir haben ja schon wieder so viel gefunden ja eigentlich schon wäre schon gut ich bin bei sowas echt vorsichtig geworden so dann nehm ich dann baue ich den provisorischen Schlager hin weil seitdem ich da seitdem ich da die blöde Pistole verloren hab und die nicht mehr nicht mehr wieder spawnt ähm ist das halt echt kacke okay und speichern ich wollte gerade sagen dann einmal abspeichern und stehen lassen ich wollte gerade sagen lassen wir stehen nicht schlafen ob äh ne schlaf brauchen wir gerade nicht oder wir hauen es drauf damit wir das damit wir das Symbol nicht haben wir haben uns kaputt ähm was guck mal was hier ist oh dann lass uns dann lass uns schlafen dann haben wir auch volle Ausdauer können doch nein wir können doch Musik hören das erhöht nur die maximale Ausdauer hast du mir heute erklärt ja aber das ist doch okay oder wollen wir schlafen okay ich bin voll voll auf okay dann schlafen wir halt eben anschein ähm ja dann schlafen wir mal schlafen wir mal tagsüber also genau so wie wir das schöner Mittagsschlofen äh oh ähm was heißt das kannibalen hier ist einer das finde ich aber auch ein bisschen also spielen aber dieser Sound gerade lass einfach in die Hülle gehen lass gar nicht kämpfen ja passi komm der wird dann aus der Loading Zone getriggert eben also sind wir nicht mal in seiner Loading Zone gleich lagt es wahrscheinlich ja jetzt lagt es bei mir Tatsache aber das ist nicht der Stream der leckt sondern das ist das Spiel was leckt ja die kommen jetzt nicht mehr hier rein ich wollte gerade sagen die kommen ja hier nicht rein oh lecker nom 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 ein paar nette Menschen hängen da ja nom 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 passi haut natürlich wieder drauf ich muss halt nicht mal gucken wer da überhaupt drauf hat ich weiß nicht ja vor allem es bringt uns ja auch nichts da jetzt drauf zu hören weil die haben nur Armband unten und so'n Kram ähm hier ist Wasser oder ist das Wasser? nein das sah gerade bei mir so wie schön dass sich alle vordrängeln so dass ich das Feuerzeug wieder anmache damit man bei mir auch was sieht ach du scheiße da unten ist ein Mutant ähm wollen wir runter ich erst mal Feuer oder was? ich will manchmal sagen wir machen das folgendermaßen Feuer an drauf schießen ja schon ein Bogen ja gut dann habe ich wieder nichts zu tun hier mhm oh leute ach da ist so ein fetter ist das ja genau deswegen habe ich gesagt ach Mepi ok also pass die Molotov in die Hand wir machen Action ich habe keinen Molotov mehr doch habe ich irgendwie habe ich jetzt doch Angst jetzt wo ich schon am Seil hänge ja ja ok ich komme runter Mepi ich komme runter Matt ich gehe sogar als erster runter ich gehe halt langsam runter ne so bereit? bereit ich kann den Molotov glaube ich nicht so lange ja wohl Molotov Snipe let's go sehr schön sehr schön aber bei Pizza wäre ich ein bisschen beleidigt weil er jetzt nicht mal in meiner Chatlist wenn er dann auf einmal jetzt bei dir auftaucht wäre ich ein bisschen beleidigt und hey Pia ich habe einfach auch geflext Pizza gelesen da rum weil ich ein bisschen beleidigt ah ja ich bin grau ich bin im grauen Bereich oh nein ich habe zum Glück Rüstung alles gut sterben bitte sterben ich habe mir Medizin reingehauen einfach ok großer down großer down ich habe Medizin mir reingenommen alles gut ich bin wieder ja ich hatte noch Medizin von der Passi schon wieder down ja standard übrigens Mutanten Rüstung denkt dran Leute achso ja gut dass du es sagst bei mir lags immer wenn ich aufstehe in der Rülle keine Ahnung ich war schon so lange nicht mehr down dass ich das echt nicht mehr sagen kann angehbar das hört das hört jetzt vielleicht ja das was kann ich dafür wenn ich etwas einziger von uns überlebe angehbar oh sterbe nicht ja gut vielleicht liegt es auch dran dass ich in der Backline bin und ja ja schieße so warte warte Kreuze ist nicht zu religiös oh ich sag mal so wir werden hier von Kannibalen gejagt da sind mir Kreuze relativ egal da und wenn es ein und wenn es ein friedfähiger Gott ist würde er uns verzeihen dass wir die Kreuze abhängen weil wir überleben wollen boah mega nices Bild oh ja ich weiß es klingt doof ich mach jetzt mein Feuerzeug aus und ich mach jetzt mal einen Screenshot und das nutzt du das Thumbnail ich wollte grad sagen falls YouTube da meckert und falls es mir das nicht vorschlägt habe ich es jetzt als als Steuerung guck das füge ich hier das das speichere ich mir ab das ist also wenn der Part das nicht wird mit diesem Thumbnail dann weiß ich es auch nicht ich mein das sieht ja wohl mal gigantisch aus oder also mach ich auch mal gerade tatsächlich einen Moment ich mach es mal von hier ich mach da noch was für uns jetzt mal ohne Kram das sieht ja mal so gut aus ich benutze tatsächlich dafür gerade Shotcut also mein das dumme ist grad Passi ist bei mir jetzt im Bild aber egal ich kann dir ja auch mein Bild einfach schicken ja ok ich muss mal kurz nur raustabben warte mal Screenshot 8 so perfekt erinnert mich an die Höhle Neuseeland die Höhle Neuseeland ich weiß grad nicht wer ich so meinst vielleicht kommt Neuseeland gibt es mehr als eine aber wie in Neuseeland gibt es mehr als eine Höhle? was? nein oh aber hier hängt ein Schädel unter Blut wenn ich draufschlag dann schlag mich drauf was? oh verdammt ich hab grad hier irgendwas minimiert das wollte ich jetzt nicht ja ich bin auch immer man muss ja immer das Spiel draus hemmen ich komme ok wollen wir erst runter erst oben bleiben würd ich sagen erst oben bleiben genau hier ist mir er ist oben oh hier warte hier ist ein Teil vom Spielzeug glaube ich ja aber was wie oft wir gleiche Gedanken haben ne ja über die wir uns mal vor 1,2 Runden unterhalten haben als wir übers ach die Höhle ok ok wie sie sehen sehen sie nicht viel hier aber hier ist jetzt nicht der Kasse oder? jetzt wirds gehen wir weiter weiter ich hab grad gedacht hier kann man sprengen hier geht es aber auch ein Stück tiefer rein hier ist die Kiste drin hier ist die Kiste drin ah Sopra ah warte mir fehlt ein Soda ich schau ob ich trink mal ein Soda dann kann ich jetzt noch eins aufnehmen in diesen Kisten ist sehr viel Stoff drin Aua hier sind Babys das ist nicht so Wartemork Clowworm äh Clowworm ne Worm Clowworm hier ist sehr viel Stoff und sehr viele Babys also passt auf ja ich will die komischen kommen nicht die Babys wissen halt wo es den guten Stoff gibt warte was hier sind Seile ja aber dafür brauchen wir Kletterausrüstung nein zu meinen Samen meine ich jetzt und hier können wir nicht runter das heißt wir müssen in der Mitte Dynamit irgendwer hat grad irgendwen geschlagen ich sag Dynamit pass die pass die 5 Minuten später Dynamit ok ich geh du gehst vorbei da können wir glaube ich nicht weiter ist da ein Weg? geh einfach weiter wir gehen jetzt hier lang an der Schlucht hier vorbei wollen wir? ja komm no risk no fun oder? ja wenn ihr mir erklärt wie man schnell runter geht dann kann ich wirklich ach so ist es nicht so tief ok spründen oh fuck ok das geht anscheinend wenn selbst ich das schaffe ok hier gehts wieder hoch wollen wir da runter oder was ne warte lass erst hoch gehen und gucken ob wir da sind wo wir eben runter kommen könnten warte hier ist noch was was man sehen kann vielleicht ist das so ein wie pass hier einfach überall dran lang läuft ne vielleicht ist das da war ein Foto wo irgendwo ein x drauf markiert ist ihr könnt hier unten warten ich klettere mal eben hoch und guck ob das das ist wo wir eben waren ich glaub halt schon ne also es bricht spricht viel dafür ja ich wie gesagt ihr müsst ja da nicht alle mitkommen ist das Schwachsinn und und ist das ne hier ist hier ist Farbe nochmal Knochen sind hier hier ist noch was zum angucken ok noch was zum angucken ist eine sache die ich definitiv tun will ein Pin sind also hier sind einige sachen zum angucken ich habe eine Taschenlampe gefunden oh Medizin eine Taschenlampe ist hier oben ja die kannst du mit Batterien nutzen ja ich habe nochmal Sachen gemacht ja ich wollte gerade sagen da haben wir die Batterien auch schon gefunden ein Pinsel habe ich gefunden ja den habe ich eben auch gefunden gehabt schon aber mit Passi nimmst du die Medizin hä wo ist denn hier Medizin ich habe hier Medizin ich habe hier keine Medizin ok dann nehme ich die Medizin Taschenlampe gefunden ich habe hier Snacks aber keine Medizin ich glaube Medizin ist so ein bisschen individueller ja aber ich glaube ich packe die Taschenlampe wieder weg ich wollte gerade sagen das macht die ganze Atmosphäre der Höhle kaputt wenn das so hell ist ja ein Moment ich muss gerade wieder das Seil zum abseilen hier finden ah hier ist es doch ich gehe davon aus wir seilen uns weiter ab wir gehen weiter nach unten ja ich will ich will ich will du wirst das Essen ok ich hänge währenddessen hier bei Möpbee mit Möpfe am Seite wir gammeln hier einfach mal ein bisschen rum ich glaube da passiert uns am wenigsten wir haben auch ein bisschen Oberarm Training einfach mal schuldig sagen Ah ja, irgendwann ein bisschen Sport hier. Und ich tue mich alle runter. Okay, Passi kommt. Also go. Ach du Scheiße, jetzt ist das tief. Ach du Scheiße, Alter. Was haben wir uns hier angetan, Leute? Weiß nicht. Wetterausrüstung. Wetterausrüstung? Warte, 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 wo? Was? Nein! Was? Ich bin im Wasser gelandet. Fallen wir auch runter? Wo ist die Kletterausrüstung? Nein, 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 nein. Bleibt schön da oben. Ich weiß auch nicht gerade, was da passiert ist. Die brauchen wir hier. Ach so, die brauchen wir hier. Ich dachte, die ist hier. Ich komme wieder zu euch hoch. Weil die Sache ist, ich bin vom Seil runter, irgendwie einen Schritt zu weit nach hinten und war dann instant runtergefallen. Ich habe schon mit meinem Tod gerechnet, aber da war zum Glück Wasser. Äh, Bas, mir ist fast das Gleiche passiert. Dann gehen wir wieder hoch, Pasi. Dann können wir hier nicht weiter. Ähm, Bas, guck mal, du kannst, Bas, guck mal, du kannst ja nicht zu uns rüber, du kannst da rüber, da rüber. Äh, ja. Ja, nein, lass wieder hochgehen, wir kommen ja nicht weiter, Pasi. Aber warte, warte, Bas, kommt irgendwo anders hoch? Nee, ich komme hier nicht mehr hoch. Ich komme hier nicht mehr hoch. Ja, Pasi, das bringt uns aber nichts, weil wir müssen, wir müssen auch hoch. Wir kommen auch nicht weiter da. Was machen wir jetzt mit Bas? Was muss man... Warte, ich kann hier vielleicht lang springen, aber das ist super riskant. Soll ich das tun? Probier es aus, würde ich sagen, oder? Let's go. Oh, nice. Also, guck mal, jetzt kannst du da hoch, dann kannst du da hoch, dann bist du irgendwo, wo wir nichts fahren. No risk, no fun. Äh, äh. Was? Weiß, guck mal, genau, okay, jetzt ist da hoch. Du hast halt jetzt nicht so die andere Wahl, ne? Mhm. Dann kannst du mich da hoch, und dann kannst du nur da aus dir rüber springen, wie da. Ach, du. Heilige. Du musst uns sagen, was da ist, ne? Weil wir können halt nicht immer mich hin. Warte. Wenn das so... Schade. Aber hier geht's halt auch nirgendwo weiter. Dann müssen wir zurück. Aber zurück können wir auch nicht. Ja, wir hatten ja noch den... Weil... Nee, es geht hier nirgendwo mehr weiter. Wir sind doch über diesen Abgrund so ein Stück nach unten gesprungen. Ich weiß nicht, ob man da wieder hochkommt. Was? Also, ich hab hier nur ne ganz eigene Höhle gefunden, Leute. Ja, ich seh dich, ich seh dich da unten, Buzz. Ich bin hier ganz, ganz oben inzwischen wieder. Wollen wir da auch runter? Nee, nee. Also, wenn... Wenn, da sterbt ihr wahrscheinlich an Fallschaden, Leute. Ihr müsst das jetzt mir überlassen. Ich muss irgendwie einen Weg zu euch finden. Ich wollt grad sagen, wir müssen... Und ich muss hier alleine durch. Ich wollt grad sagen, da muss man alleine durch. Weil... Ich glaube, du kannst von da aus, ähm... Das sieht so aus, als wenn du zu... Ja, genau. Das sieht so aus, als wenn das geht. Und da auch... Passi, kommen wir da wieder rüber? Ich hab einen Schrittzähler eingesammelt. Warte. Bepi, geh. Ich versuch's. Nein, nein, versuch's nicht, Leute. Versuch's nicht. Wir müssen aber da... Wir müssen entweder bei dir runter oder hier rüber versuchen zu springen. Oh, shit, hier ist ein Mutant. Bepi, nein, wir können doch hier hoch. Ja, aber da ist doch nichts, Passi. Da haben wir doch nur das gefunden. Oder ist da noch was? Ich hab doch gesagt, da geht's noch mal ganz oben. Geht's da noch ganz oben, dann gehen wir da hoch. Okay, warte, kannst du auf Bass warten? Hier ist ein Mutant, Leute. Ich hab ein Problem. Wir können nicht auf Bass warten. Was willst du denn jetzt eine halbe Stunde warten? Du weißt doch gar nicht, wo Bass rauskommt. Wo willst du denn hier noch weiter nach oben? Ja. Oh, nein. Mutant, hau ab. Ach, da. Geh bitte einfach ab, ja. Ja, komm, wir gehen weiter nach oben, Passi. Na dann. Ach, hier sind wir. Ich weiß wieder, wo wir sind, Passi. Shit, 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 ich glaub, ich bin tot. Ich bin hier alleine mit einem Mutanten. Ja, wir haben keine Chance, zu dir zu kommen, was? Ja, ich renn weg. Ich hab auch... Und, hier sind noch Kannibalen, ich renne einfach nur. Passi, 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 lass uns bitte zusammenbleiben, ja? Ist in der Richtung noch irgendwas? Wo und da? In die andere Richtung, eigentlich, war jetzt mein Plan gedacht, die Frage. Ja, von der anderen Richtung kommen wir. Shit, shit, shit. Passi, wollen wir denn dann... Wollen wir dann nicht lieber aus der Höhle rausgehen? Weil wenn Bass stirbt, können wir dann mit ihm nochmal reingehen? Warte, ich glaub schon mal, ich hab... Hier, hier ist ein Weg, hier ist ein Weg, wo... Ja, Passi, rennt hier einfach... Passi, rennt weg, warum auch immer. Ich guck mal, alles gut. Ja, aber antworte doch auf meine Frage wenigstens. Äh... Okay, ich bin denen entkommen. Aber hier ist eine Kletterwand, die komm ich nicht hoch. So. Gut, dann antworte nicht auf meine Frage. Dann, ich akzeptier's einfach. Ist okay. Wait. Äh, aber... Ja, wir sind da jetzt wieder rausgekommen, wo wir hätten runtergehen können, Bass. Aber was ist denn jetzt ungenlich vor, meinte? Wenn ich den Lack-Kappen ranze? Ah ja, ich seh, ich werd den Sprung machen. Ganz ehrlich, sonst sterb ich hier gleich noch. Die Sache ist, ich weiß nicht, ob ich das mit dem Fallschaden überlebe, ne? Probier's einfach. Ja. Ja, no whisk, no fun. Oh mein Gott, ich leb noch. Ich bin wieder auf eurer Seite, Leute. Perfekt. Ich komm hoch. Ja, aber... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, geht's dir doch weiter? Ne, den Lacken nicht. Ja, das ist ein Lacken. Ich komm hoch. Oh, was... Aber was war das gerade? Leute, mir geht auch... Nö, ich hab ja noch Snacks. Mir geht das Essen nicht aus. Ich hab nichts gesagt. Boah. Das kann das Spiel doch nicht mit mir machen. Ja. Vor allem, wenn dir bist, ohne gedacht zu müssen. Stimmt, ich heb euch ja immer wieder auf. Ja, weil Patsi sich ja auch überhaupt nicht interessiert von dem, was ich sage, oder auch einfach wegrennt, ohne mir zu sagen, was los ist. Das wär ja auch zu schön. Hab ich dir was getan, Patsi? Hab ich dich irgendwie gebissen, oder so? Seid ihr eigentlich wieder über diesen kleinen Abspruch? Nein, du kannst da, wo wir den Pinsel und so gefunden haben, da geht's weiter nach oben. Das ist der einfache Rückweg. Dann kommst du wieder zu der Höhle, wo ich das Thumbnail geshüttert habe. Ah, hier kommen wir wieder hoch. Nice. Aber ich kaufe tatsächlich hier, irgendwo in der Höhle gibt's Kletterausrüstung. Oh! Hahaha! Hahaha! Ich hab eine Schaukel gebaut. Eine Totenkopfschaukel. Aber Patsis wär schön, wenn wir bald wieder absprechen würden, wie wir sonst auch immer tun. Ähm, Bas, weißt du, wo wir sind? Äh, ja, ich weiß, wo wir sind, genau. Das war da, wo wir eben überlegt hatten, runterzugehen vielleicht. Ja. Dann lass uns jetzt, äh, hier rechts, da, da haben wir das gefunden. Ähm, dann lass uns doch mal links gucken. Aber gehen wir jetzt nicht im Kreis einfach? Ja, äh, eigentlich schon, ne? Weil hier war doch nur noch der Große? Hier war doch nix mehr, oder? Ich weiß es nicht. Wir können uns ja nochmal ansehen. Aber ja, ich glaub, hier war sonst nix mehr. Ich glaub, wir brauchen, ich glaub halt, wir brauchen erst Kletterausrüstung. Aber, aber das sieht hier alles aus. Äh, hier sind noch, hier sind, hier sind noch Sodas. Und dann komm, wir brauchen erst Kletterausrüstung. Und dann, wir brauchen erst Kletterausrüstung. Und dann, wir brauchen erst Kletterausrüstung. Und dann, wir brauchen erst Kletterausrüstung. Vielen Dank.